Hallo und herzlich willkommen zu einer lang ersehnten Folge Don't Starve Together mit Budeja Techcraft Bania hier und der Buschbuny. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das Problem ist, wir haben, wie so oft, keine Ahnung mehr. Naja, die haben nie richtig Ahnung. Das bringt mich zu dem Punkt, den TCR gleich ein bisschen leise zu machen. Ne, ich habe gerade nur mein Desktop-Audio insgesamt hochgenommen, weil ich halt recht laut spreche. Und ihr nicht. Ah ja. Das ist alles gut. So. Wow, der Sumpf ist... Ach ne. Ich muss überlegen, wie ging dieses Spiel? Ohlala, es gibt... Huch. Angreifen, nein. Ja, so ging das, okay. Oh Gott, das ist einfach so lange her, ne? So, ich möchte... Also, diese Biene nervt mich total, ne? Nicht. Da kann man das Brühlkeld nicht ran. Brühlkeld? Vielleicht mit der Angel? Warte mal. Ja, mit der Angel. Aber ich habe keine. He. Ich habe eine. Huch. 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 Oh, ne Biene, die sieht aus rot. Das ist schon süß. Was habe ich hier? Ich habe den Battlespare. Was ist besser? Der Battlespare oder der Battle... Oder der Speer? Ich habe keine Ahnung. Hä? Wieso komme ich denn... Hörp, Hase! Oh, wieso habe ich denn hier so zwei Minimaps? Ja, eine von musst du zumachen, die kleinere. Die eine wirst du im Mod von dir selber haben und die andere kommt mit dem Server mal drüber. Das ergibt Sinn. Ich habe die kleine Aufzug gemacht. Das ist aber so. Ähm, also das Ding ist, es wird demnächst Winter und wir müssen uns noch ein paar Vorräte... Oh ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Stimmt. Neun Tage, Alter. Hier geht es ja richtig ab. Oh Mist, ich habe Hunger. Puh. Oh Mist, ich auch. Okay. Okay. Kaktusfleisch, gönn dir. This food is not befitting a warrior. Ich erinnere mich. Scheiße. Ich kann ja nur Fleisch essen. Ich habe gar nichts zu essen tatsächlich. Ich habe zum Glück noch was. Oh. Wisdom Guide, yo. Was war das? Warst du das gerade? Das ist Nerium. Okay. Der hat ein sehr... Das ist ja echt. Äh, die Hasen fallen. Vielleicht nur die Hasendinger aufstellen und nicht irgendwo fallen lassen. Hier ist unser Kochbot. Tschüss Häschen. Okay. Ja. Danke. Mist, wir brauchen Bisons. Wo sind die ganzen Bisons? Haben wir nicht bei Bisons ge... Eigentlich... Das war wahrscheinlich die Welt davor, die das Bison abgebrannt hat. Ohhhh. Wieso habe ich hier Rob dabei? Boah, was ist das? Das ist unglaublich. Wir brauchen nämlich ein bisschen... Scheiße. Ich habe nichts um zu kochen. Kacke habe ich hier oben. Soll ich die mitbringen? Ich habe nichts um zu kochen. Das gibt es ja gar nicht. Hier oben sind wie sonst. Ja, dann nehmt die ganze... Dann nehmt die ganze... Bitte. Boah, das wird echt... Richtig. Wir brauchen auch mal noch ein paar Felder. Wir haben ja kaum Felder hier. Was ist denn das? So, ich möchte gerne... Nicht Tools. Ich möchte... Falt Structures. Refine. Gib mir mal so ein Seil. Jetzt gibt... Oh... Use the Science Machine to build a prototype. Wo ist denn die Science Machine? Du stehst davor. Danke. Jawoll. So. Wo sind jetzt die Bisons? Was hast du denn jetzt gebaut? Nördlich. Ein Speer. Das gibt es auf die Fresse auf Deutsch. Hä? Kann ich da zu dir laufen? Achso, dann öffnet es die zweite kleine. Okay. Also wo sind die Bisons? Die brauchen... Die brauchen Dunkel. Ich habe schon die Scheiße eingesammelt, die hier rum lag. Ja, wo ist denn... Wo sind die aber? Hier auf der Wiese. Hier rennt eins rum. Ah, ich habe eins gefunden. Ah, ja. So, Bison. Tut mir leid. Machst du das wirklich jetzt? Du greifst nicht das Ding an, oder? Jonas, greifst du gerade an. Ja, viel Spaß damit. Das Fleisch brauche ich. Das Fleisch brauche ich. Ja, das Viech gibt doch viel mehr. Ja, ist ja auch ein bisschen schwerer. Richtig. Alter, wieso ist das Viech so derbe schnell? Alter, wie ihm einfach nicht zuhört, ne? Sag ich dreimal das Fleisch brauche ich. Was? Was? Ich habe ein Fleisch bekommen. Ja. Weil ich das einzige was ich essen kann. Oh. Du bist ja... Oh nein. Komm, du hast ein... Alter, wieso sind die Dinger so derbe schnell? Das ist ja irre. Okay, da habe ich jetzt mal noch. Was gibt das? Nein. Oh Gott, ich muss nach Hause. Oh Scheiße, wir haben nichts im Kühlschrank. Leute, wir müssen echt Essen finden. Wir müssen zwar ganz schnell. Ich koche mehr. Ja, ich würde sagen, wir schnetzeln uns Bisons einfach. Warte mal, habe ich irgendwas zum Licht machen dabei? Oh, zum Glück nicht zu Hause. Ich bin dabei. Das war lezent knapp, Alter. Hast du gerade mein Essen mitverkocht? Belastend. Was? Nichts. Nee. Wir haben gar nichts im Kühlschrank. So ein Kack. Oh, ich habe Beeren gefunden im... Da mal reinhauen. Leute, ich glaube, wir werden kläglich scheitern. Hier ist ein Projekt. Ah! Ah! Wir holen uns jetzt noch ein paar Bisen. Wir bräuchten wahrscheinlich aber eher einen Wärmestein, ne? Hab ich einen. Das ist bei 15 Prozent. Aber den muss ich mal ein bisschen aufladen. Habe ich sowas nicht. Ja, da weiß man noch, zu welcher Zeit wir hier aufnehmen. Ja, eben gerade wurde die... ...Ausgangssperre verhängt. Spaß! Ich habe tatsächlich keinen Wärmestein. Wo finde ich denn den? Wo ist eigentlich mein Backpack? Ach, das musste man doch so lustig ausrüsten. Und man konnte keine Rüstung tragen, solange man das Backpack hat. Genau. Ich erinnere mich. Das war ja total bescheuert. Aber hast du nicht das erweiterte Inventar? Natürlich habe ich das erweiterte Inventar. Ansonsten wäre ich ja. Kommt ja dann verzweifeln. Die Frage ist ja bloß viel mehr. Wo ist diese Wärmestein? Wo ist diese Wärmestein? Da möchte ich's auch nicht. Scheiße. Es ist Juni 2019 gewesen, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Also verzeih. Verzeih lieber Zuschauer. Wenn wir jetzt nicht noch kurz wieder reinkommen. Ah, da ist ein Hase reingegangen Ha Licht und Feuer ist es nicht Das finde ich lustig Verdammt Hier, hier war er, hier ist er Ich brauche eine Axt Ich brauche eine Axt für den Stein Komm, gib mir die Picke Ich habe vergessen, wo es war Du musst ihn mal resieren Ja Und dieser widerliche Frosch So, Wärmestein, hallo So, ich hole mir immer noch einen Bison Ich muss mir zuerst noch mal Rüstung bauen Nee, lass mal vielleicht den Frosch töten Weil dann kann ich an den Teich was angeln Teich Ich brauche Seil und Holz Alles klar Oh, ich koche mir jetzt gleich Schöne Marmelade Oh, ja Oh, da hätte ich in real life mal Bock drauf, ne Ja, beim nächsten Let's cook Aber die Marmelade bringt Indien hier richtig Was auf dem Dach Du sollst das Holz aufsammeln Du sollst das Holz aufsammeln Du sollst das Holz aufsammeln Scheiß, wann, wie drehe ich die Kamera? Hallo Ich glaube die Frösche sind nicht mehr aggro, weil es Herbst ist Äh, okay Glaube ich, weil die greifen mich gerade nicht an Doch, shit Renn in die Falle, Mistvieh Verdammt Okay, gut Das falsche Informationen Stimmt mir leid Lügenpresse Lügenpresse Oh, vor allen Dingen Warum treffen die mich, wenn die eigentlich gar nicht treffen? Ach, ich bin dumm Gut, ich werde mich um... Ich habe noch ein Speer Ich bin ja richtig gut ausgerüstet Ich habe das bloß vergessen Hä, warum ist die nicht mehr aktiv? Alter, die frischen Nerven Das ist ja Wahnsinn Oh, meine halbe Gesundheit ist runter Nein Warum kann ich nicht mal Ja, frag mich mal gleich, nachdem ich den Bison jetzt angreife Da wird es meiner Gesundheit ganz anders gehen Alter, da kommt schon wieder der nächste Frosch Ich fass es nicht Frosch hast So Alter, was? Die spawnen neu? Das soll das eigentlich auch aufnehmen Wir müssten dann zusammenschneiden Bei mir passiert gerade nur ein bisschen Gesammeln Na gut, jetzt kommt der Bison-Kampf Oh Gott, ihr seid zu viert Sagt so zu zwei Bisons Oder ist ein Frosch? Ach, die ganzen Die Bärenfische sind voll Ne, zwei Biesen möchte ich nicht angreifen Jetzt Das finde ich jetzt eher weniger geil Oh, dieser scheiß Truthahn Ich hasse Truthähne hier Blödes Viech Ich glaube, das kriegst du auch nicht, ne? Oh Gott, warum sind die Tage immer so schnell rum jetzt momentan? Das ist halt wie im Real Life Scheiße, das sind zwei Biesen Die verteidigen sich doch gegenseitig Ich krieg doch jetzt keine zwei Biesen down Oh ja Oh Gott, die Marmelade macht richtig Richtig Betrieb Also wir müssen schön Bären kochen immer Ähm Wo kann man sich denn Den Kochtopf nochmal machen? Hitz-Topf? Was? Kochtopf Äh, da brauche ich mich Du bist einzeln Du bist nicht einzeln Scheiße Holzkohle Uua Holzkohle ist immer so ein Thema Da muss man auch in den Baum wackeln Oh Meine Lieblingsbeschäftigung Ich würde es gerade sagen Was ist nix für Neolium? So, nämlich Wann die Biesen Wann das Biese und so Dass wenn du eins angreifst Dass da irgendwie acht Dich angreifen Das ist scheiße Deswegen würde ich das eher lassen Und auf Hasen gehen Ja, aber die Hasen brauchen so ewig Bis sie in der Falle sind Und jagen kannst du die nicht Alter Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben, acht Neun, zehn Wenn ich mich nicht verzählt habe Die One-hitten mich doch Die Hasen Ne, die Hasen one-hitten mich nicht Also wie gesagt Ich habe jetzt schon zwei Hasen gefangen Krass, ich habe das noch nie geschafft Tja Ich habe es echt auch nur einmal geschafft vielleicht Hä? Der müsste viermal den Hasen angreifen Ja Die Vieche sind dreimal schneller als ich Ja Ja, nicht hintereinander Sondern angreifen Hase rennt weg Hase bleibt stehen Wieder angreifen Hase rennt weg Ja, der rennt doch weg Bevor ich da bin Ne, du darfst ja Hä? Du darfst ja nicht hinterher rennen Du musst auf angreifen drücken Ja, ja, klar Ja, das mache ich ja auch Da rennt der Hase weg Und ich habe ein Problem Ja, Leute, okay Ich habe es dann gekriegt Versucht es selber Passt schon Ich bin offensichtlich deutlich besser als wir in dem Moment Ja Ich habe das wirklich noch nie geschafft Ernsthaft Ich auch noch nicht Ich will das auch einmal Einmal Glück, weil er festgehangen ist Dann auch irgendwas Ja, genau So kriege ich auch die Tumbleweeds Wenn die an irgendwelchen Map-Ecken hängen Hängen Tumbleweeds Achso, ja Tumbleweeds, ja Ja, hier Die Steppenläufersträuche Ich spiele das Spiel halt auf Englisch Keine Ahnung, wie das im Deutschen heißt Ja, haben wir hier Bier, Messer, Ding Ja, ja Mal mit zwei Ah, ja So, ich habe tatsächlich mal ganz gut Zeug mitgebracht So, was muss denn da jetzt rein Die Karotten müssen da rein Die müssen da sicherlich nicht rein Was soll der da mal rein Oh, ich habe hier noch einen Hasen Cool, wo habe ich den denn her Ähm Ich glaube, das ist meiner Den ich nicht töten wollte Hier sind acht Bären Das ist fancy Wow Jetzt wird wie viel Wolle So Das ist, glaube ich Ach Gott Das ist so lange her Ich muss in unsere eigene Let's Plays gucken Aber ich glaube, das Viech, das mördere ich jetzt nicht Denn das war den, den ich mir doch als Haustier gehalten habe Wenn ich den jetzt einfach umbringe Und das ist das Viech, was ich mir als Haustier halten wollte Dann bin ich richtig traurig Versucht das Ganze doch mit dem Ab... Wie schreibt man? Ah Alter, die klingt so brutal Die klingt einfach so gemein Das ist ja eigentlich das eine Wort, wie viel da gerade... Tidididididididi Ja Ah, die Tücher kann man essen, das schliffen. Das ist alles schon... ich tu das mal in den... Klingelt irgendwas zu uns, ja. Beschütze Feuer! Beschütze Feuer! Beschütze Feuer! I don't feel well. Ich glaub, das war nicht mehr so ganz gut, was ich gerade gegessen hab. Und da rechts kommt noch eins. Bleibt standhaft, Freunde! Nacht ist auch gleich rum. Oh, hab ich das ganze Leben auf einmal verloren? Das ist jetzt weniger schön. Ich hab mit dem Bison nicht gekämpft. Die Musik! Hatte die auch gerade? Nee. Oh Gott. So. Jetfeather. Mal sehen, was das ist. Wahrscheinlich übelst wertvoll und ich weiß es nicht. Spoiled Foliage. Nee, das ess ich nicht mehr. Das kommt jetzt hier hin. Fo... Foilis! Nee, Foliage. Also Laub. Foliage. Dann mach doch einmal frei, dass es sich nicht zu weit entfernt, das Feuer. Und ich mach mir erst mal ein Feuerzeug. Wie kann das eigentlich sein, dass ich kein Feuerzeug habe? Fackel, bitte. Reicht auch. Und ich hab eine. Da落 Went. Faltest du? Kuh und Weg! Kannst du... Ne, das geht bei mir nicht. Hä? Da passiert bei mir nichts. Nicht den kleinen Baum, nicht dem kleinen Baum. Der muss noch wachsen. Oh... Oh-oh-oh! Ich hoffe das der Hasen den ich hier umgebracht habe das war nicht mein... Mein Haustier, das würde mich wirklich ärgern. Wie kann ich eigentlich Leben regenerieren? Außer Essen. Ach, cool. Federn! Das ist Laub. Eine Feder habe ich tatsächlich noch. Warum sieht denn das aber so anders aus? Soll ich mit sich essen? Sonst wird es schlecht. Gebt mir immerhin vier Leben. Egal. Ja, sicher. Was denn noch? Knochensäge? Scheuer. Kiss? Ach, sehr gut. Faceform. Gut, okay. Wie kriege ich denn meine Gesundheit wieder hoch? Ich kann also den nur bis 150 hoch. Ups. Echt? Lustig. Ich habe schon oben einen schwarzen Abschnitt. Ich habe schon wahrscheinlich gerade so viel Schaden genommen. Anni, du bist ja mal irgendwie gestorben oder so. Ich kann nicht mehr ganz hochleveln. Okay. Danke. Wie gesagt, das ist mir ein Rätsel, wie du diese Viecher geschlagen hast. Der weicht mir aus. Ich stehe vor dem. Ich schlage zu und der weicht mir aus. Okay, warte. Ich lerne vom Meister. Oh, das will ich auch sehen. Ich bin mir einfach stehen geblieben gerade. Ja, jetzt ist es natürlich. Klop. Das ist von der Produktiv. Für einen Rasenjäger. Noch irgendwo einen. Oh, da ist einer in die Fasse gegangen. So, hier oben ist einer. Ja, gut, jetzt hauen sie alle ab. Du müsst einfach stehen bleiben und nur mit der Maus auf den Hasen draufklicken. Nur genau, das mache ich. Dann renne ich zu dem Hasen hin. Und wenn ich zuschlage in dem Moment. Ja, aber in dem Moment, wo ich auf den Zulauf, dann dreht der vor meinem Speer um. Und haut ab. Und haut ab. Und ich treffe den damit nicht. True story. Oh, hier passen die gefährliche Dinge, sehe ich. Der Rucksack ist lowbob gegen das Menü. Ja gut, das Menü ist hart OP. Also unsere 45 Inventarslots sind einfach hart OP. Nein. Wie kann man denn... Wo ist denn der Schlafsack? Muss ich den Thermal Stone ausrüsten oder muss ich den einfach nur im Inventar haben, damit ich warm bleibe? Eigentlich nur im Inventar. Okay. Ach hier. Hehe, zukünftiges Feuerholz. So sehe ich das auch. Ähm, kann man Honig ernten? Von den Bienen? Das weiß ich nicht. Ich habe mich auch nie mit den Bienen hier im Spiel beschäftigt. Oh, ich sollte mal machen, dass ich wieder nach Hause komme. Hm. Oh, meine geistige Gesundheit ist aber hart am Droppen gerade. Da mache ich mal ein schönes... Warum? Warum geht mir gerade meine Gesundheit so abhanden? Weil es dunkel wird oder so? Ich weiß es nicht. Alter, die Welt geht bei mir richtig ab schon. Es geht schon richtig ab. Es wird ja gleich schlimmer in dem Spiel. Ja, ist richtig. Mach ich schon ganz fleißig. Hm, ich bräuchte mal einen Scheiße. Ja, Gott. Davon bräuchte ich nichts. Ist eines Kriegers nicht würdig. Äh, Leute. Kein Dunkel. Dupsa. Ich muss mal schlafen. Ich auch. Mach mit. Aber vielleicht sollte einer muss wach bleiben. Gegen Feuer. Bleibe ich mal ne Runde wach. Aber meine geistige Gesundheit ist immer noch hart am Droppen. Oh, jetzt geht sie schön hoch. Dann nicht so weit aus dem Licht rausgehen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber die ist bei mir, die fällt. Die fällt, 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 fällt. Bei mir geht die Gesundheit nicht hoch. Wie macht man denn das, das Herz? Wie kriegt man denn das hoch? Durch Essen. Das Essen ist so wenig. Und so eine nervschöhnende Aloe Vera Pflanze. Alorone meinst du? Ja. Achtung! Ja, ist gut. Lieb mich nur weg mit meinem Schlafzahn. Ich bin gerade im Inventor unterwegs und suche die Blumen, die ich gepflückt habe, damit ich die essen kann. Ich seh sie nicht. Hier sind wir die Dock. Oh, wait. Ich glaube, das ganz große Problem war, dass ich die Blumen ja nicht essen konnte. Ist ja kein Fleisch, wa? Tja. Ist halt nur diese eine Scheißhand, alter, verpiss dich. Alter, mir sind die Augen in der Dunkelheit schon an. Meine geistige Gesundheit droppt richtig. Ich habe jetzt in den letzten zwei Minuten einfach zehn Gesundheit geistige verloren. Wir sehen uns dann. Das ist schon ein gutes Video zu video. Ich döne den Film MafNaher 포인. Ja?